moin moin so freunde es gibt wieder neues vom angel resort das andere resort wird ab donnerstag diesen donnerstag wieder täglich am rosenweiher besetzen für euch und ab sofort haben alle flyer wieder wirkung das heißt wir haben mittwochs wieder den doppelbesatz wir haben freitag wieder den dreierpack und so weiter wir haben wieder sachpreis samstag also es ist alles wieder da wie ihr das wolltet wie ihr das kannte die temperaturen lassen das jetzt wieder zu also ab donnerstag geht das wieder rund rosenweiher täglicher besatz alles für euch so muss das sein freitags den dreierpack mittwochs doppelt besatz samstags sachpreise samstag nur so geht alle resort das ist das ist forelle 2017 wir sehen uns großen meier